hey freunde was geht ab hier ist euer rapmari und ich habe wieder für euch ein kleines interessantes ja interessante location halt so ja einmal hier an dieser militärstation oder was das auch hier sein soll erst mal ganz witzig dieser feuerwehrschlauch da eben da ist das auf jeden fall irgendwas unsichtbar ist da kann man aufklettern dieser raum hier ist auch schon recht nett aber das ist noch nicht alles erst einmal hier vorne spawnt auch das u-boot rein wenn ihr das schon mal ist das ist ja schon mal praktisch hier spawnt auf jeden fall rein und auch hinten ist ein kleiner flugplatz oder hier flugstation oder so da spawnt auch irgendwelche flugzeuge rein und ja man kommt auch ganz easy rein die tür geht auch so easy auf und was uns noch aufgefallen ist dass hier diese lkws hier rein spawnt und davon auch gleich noch drei stück da braucht man sich ja hier kein bestellen sondern ihr könnt hier herfahren und holt euch einen diesem lkw und ja das wichtigste bzw der hauptgrund dieses videos ist das hier und zwar diese paintball arena oder beziehungsweise ich finde ich glaube das ist wohl eher so eine station wo die militärheinis hier nebenan trainieren wohl oder sondereinheit oder so auf jeden fall sieht das recht witzig aus hier kann bestimmt ein richtig chilliges deathmatch erstellen und oder beziehungsweise hier sich gegenseitig abknallen und ja eigentlich war es das soweit ich hoffe ihr lasst natürlich ein abo, like, dislike, kommentar oder sonst was da und habe mich gefreut auf jeden fall auch dass hier noch mehrere leute mit dabei waren habe mich auch sehr gefreut danke an euch und ja haut rein auch